Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer weiteren Ausgabe ungeschnittenen Minecraft Survival Games auf dem HiveMC.com Server in der Primetime! Mitten in der Primetime! Okay, es ist glaube ich gerade 3 Uhr circa, also nicht ganz Primetime, es geht aber. Und wir wollten mal sofort für Holding, äh, Futuristic City, Holding Mountain. Und ich kann den Command nicht ausführen. Oh! Reload22, my best friends. My best friends. Hier, ne? Monsieur Hacker. Äh, von damals, Reload22, na, Hallöchen. Ähm, gucken wir mal, oh, wir spielen nach Futuristic City, wunderbar, man ist klar. Any Art Rack, ja, aber sowas von, kannst du sowas von ausgehen, dass ich, dass ich aufnehme, wenn du dabei bist? Der fragt bestimmt extra, deswegen, um, damit er weiß, ob er die Hex anmachen kann, oder nicht, weißt du? Ja, der war ja schon gebannt, der Reload22, ne? Der war ja schon mal gebannt letztens. Und ich springe ja mal eben runter, komm, ich gönne mir mal. Ne, kann ich nicht. Ah, fast. Ähm, und ich war es euch mittlerweile schuldig, und zwar, ähm, will ich euch mir wieder zeigen, die Statistik. Wir haben jetzt in 136 Spielen, also in noch, äh, äh, den restlichen 6, äh, 14 verbleibenden, 13 verbleibenden Spielen haben wir jetzt, äh, insgesamt 37 Siege. Also brauchen wir nur noch 13 Siege in 12 Spielen, oder 12 Folgen, was relativ easy zu machen ist eigentlich, aber ich bin nicht gut in Mathe gerade, deswegen hab ich grad ein bisschen verkackt. Und, ähm, ja, wir haben seit 8 Folgen nicht mehr 3 Runden am Stück gewonnen. Ich glaube, es wird heute auch nicht der Fall sein, weil Primetime und so, aber ich will ja immer wieder ab und an ein bisschen Primetime bringen, hab ich auch Bock drauf. Und, ähm, deswegen spielen wir jetzt Runde Nummer 1 mit Reload 22 auf Futuristic City. Hey, und los geht's. Ich stehe sofort neben mir, hab natürlich hier guten Stuff bekommen, 2 Eisenhosen, was ganz wichtig ist, gerade am Spawn, wenn man gute Leute neben sich hat oder so, mit dem Cursor unten, immer an die letzte Position, da wo der Eisenbarren gerade ist. Da hingehen mit der, mit der Maus, also mit dem Icon quasi, weil, wenn du das Schwert als allererstes aufnimmst, kommt das Schwert immer an die letzte Position, das heißt, du kannst dann sofort zuschlagen, ohne erstmal so, äh, was wählen zu müssen. Wo du auch immer lang, äh, wo rangehen willst, wo das Schwert ist. Reload ist schon auf dem Weg, äh, ganz weit vorne bei den Tierzus, äh, muss ich gucken, dass ich da ein bisschen Abstand halte bei denen. Äh, vielleicht eine alternative Route heute mal laufe, weil, äh, klar Tierzus hin oder her, aber, äh, er hat einen krassen Vorsprung, und hier ist keine Truhe, er hat einen krassen Vorsprung, und den Vorsprung darf ich mir, ähm, ja, den muss ich mich einfach so über mich ergehen lassen, kann ich da dann nicht verkraften. Äh, oder dahin jetzt zu gehen wäre, dahin jetzt zu gehen wäre jetzt fatal, kann man nicht machen. Deswegen gehe ich hier auf meinen Bagger und bagger den Bagger mal schön an, und dann haben wir hier hoffentlich geilen Stuff drin, und dann können wir uns verteidigen gegen Reload 22. Vielleicht, äh, müssen wir auch gar nicht gegen ihn kämpfen, mal gucken. Ich hab ein bisschen Angst, ich, also wie gesagt, ich mag prinzipiell nicht so gerne Primetime zocken, aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig gut, Challenge wird wunderbar, ich bin richtig, richtig gut geworden in, ähm, Angel, also ich kam mit der Angel, meine, meine neue Spezialität ist es, einen Doppelkombo zu geben, tatsächlich, äh, und zwar, ich geb ne, ich geb ne Angel quasi in die Fresse der Spieler, dann geb ich ihm ne Zweierkombo, und dann angle ich ihn sofort wieder weiter weg und geb ihm nochmal ne Zweierkombo, also quasi ne Viererkombo. Das hab ich mittlerweile gelernt und ist eigentlich ne coole Sache, die ich beherrsche, ähm, deswegen gewinn ich oftmals im Deathmatch jetzt auch so gegen viele Leute und so, ähm, was eigentlich ziemlich geil ist, also das ist wirklich ne coole Sache, da freu ich mich drauf, ich das so ein bisschen gelernt habe, aber ingame bin ich immer noch nicht ganz so auf der, auf der Spur, da mach ich oftmals noch paar kleine Fehler, aber das wird alles wieder, glaub ich. Und, äh, was auch geworden ist, ist, äh, der Essensbuck. Der Essensbuck ist mittlerweile behoben, liebe Leute, und, äh, wunderbar, es gibt keine dummen, schnelle Hungersanzeige mehr, die so runterrattert wie das Konto eines jeden Schülers oder eines jeden Studentens, ähm, denn, äh, das ist alles behoben, halt wieder ganz normal essen und man muss nicht mehr gucken, dass man jede, jede, jedes Weizen mit dem Hoffnung, dass man vielleicht irgendwo ne Werkbank findet und da ein Brot machen kann, um zu überleben, ist nicht mehr der Fall, finde ich sehr gut. Und was auch mittlerweile gefixt worden ist, ähm, ist folgendes, es gibt keinen Fansbuck mehr, der ist auch behoben worden, du kannst nicht mehr, ähm, dich quasi durch, durch Fansglitch, äh, Essen verschaffen, ohne stehen zu bleiben, ähm, ja, ähm, ohne stehen zu bleiben, du kannst keinen Fansbuck mehr bekommen, also, äh, zu essen, während du, hä, was, du kannst nicht mehr im Laufen essen, so rum, du musst jetzt beim Essen stehen, auch bei, auch wenn du auf dem Fans rechtsklickst, das war ja der große, geheimnisvolle Glitch, den es gab, den ich ja nicht verbreiten durfte und diese doppelt gemoppelte, äh, ähm, Erfahrungsdingens, aber wir können schon verzaubern, können uns sehr gut ausrüsten gegen Reload 22 und deswegen mal ab hier, die Katz, was haben wir bekommen? Schärfe, wunderbar, alles cool, und hier ist nichts mehr so weit, da ist ein Braustand, vielleicht können wir mal Tränke brauen, ähm, aber eher nicht so, und hier ist noch eine Hose drin und, ja, brauchen wir alles nicht, kann weg, hier oben ist noch was, hä, die ist leer, okay, war ja, ach, vielleicht kam von da irgendjemand, aber da gehen wir mal nicht rein, ähm, genau das ist alles, Reload ist tot, okay, haben wir das doch auch irgendwie geschafft, ja, man muss, ne, Primetime heißt auch immer, dass man auch ein bisschen taktisch, äh, rangehen muss an die ganzen Sache, ich werde nicht, natürlich nicht einfach drauf losstürmen, dann, okay, ich geh zur Tattoo hin, egal ob da Reload ist oder wie auch immer, ähm, man muss natürlich ein bisschen auch taktisch das Ganze angehen, und ich hab mich jetzt gut rausgehalten und hab mich jetzt auch wirklich ferngehalten von allen möglichen, äh, Konflikten und deswegen stehe ich gerade hier mit, äh, noch, ja, mit den letzten 13 Tributes, okay, noch ein bisschen viel, aber es sieht gerade ganz gut um mich aus, und dann seht ihr auch mal so eine kleine neue Route von mir, die ist jetzt durch Zufall entstanden, aber, ähm, ihr findet einfach immer irgendwie, äh, immer irgendwas an, an Kisten oder so, das sollte eigentlich nie ein Pronimenproblem sein, ganz ehrlich, ähm, ja, und ich muss heute auch wieder neue Leute erwähnen, weil, wegen, ne, der Milch und so, äh, weil ich wieder ein Hive-Gewinnspiel gemacht habe, wer es auf die Säule geschafft hat, äh, auf der ich stand, die ersten vier, ähm, haben da was bekommen, jetzt mal gucken, wie ich das mache, ich hab heute mal keinen Bock zu singen irgendwie, vielleicht mal gucken, ob wir singen werden oder ob wir was anderes machen werden, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ähm, und wir gehen hier mal oben lang, das ist eigentlich auch relativ abseits von allem, aber ist auch ziemlich geil da oben drin, weil da gibt es auch relativ viel Loot, da nicht reinfallen, das wäre unklug, ähm, ja, aber Primetime geht gerade so, es ist noch nicht allzu, allzu voll, aber es ist für mich halt schon anstrengender zu spielen, als so ein schöner Abend-Zock-Dingens, Minecraft-Abend, äh, ist für mich natürlich ein bisschen angenehmer, ähm, ich werde noch ein paar Sachen ansprechen, und zwar, äh, Clan, ne, ich habe jetzt meinen eigenen Clan, hat hier ja dann quasi Dienstag geöffnet, irgendwie, Sonntag musste ich ja quasi schon voraufnehmen, also für Sonntag, deswegen konnte ich nicht, äh, konnte ich nicht das Ganze hier, äh, so kommentieren am Sonntag, da ist eine Truhe normalerweise, da wo der Schattenback ist, ähm, aber ich muss sagen, also, den Clan ist jetzt quasi eine Woche alt, ähm, wir haben ziemlich viele, ziemlich viele Bewerbungen bekommen, und es tut mir echt furchtbar leid, dass man sich nicht jeden annehmen kann, ne, es ist wirklich eine Sache, ich würde am liebsten wirklich alle von euch annehmen, weil das geht halt einfach nicht, wir müssen halt eine Maximumgrenze schaffen, die liegt momentan bei unseren 18 Leuten, wir haben jetzt 18 Leute im Clan circa, glaube ich, und, ähm, dabei bleibt es auch erstmal, aber ich werde gucken, wer aktiv ist und wer inaktiv ist, und die inaktiven Leute werde ich dann auch bei Zeiten wieder rausschmeißen, so gibt es dann auch wieder für neue Leute die Möglichkeit reinzukommen, aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich um den Clan bis jetzt null gekümmert, also ich habe da halt meine, meine Leader quasi, oder meine Moderation, die das machen, halt der NOMC, hier Monsieur N-O-Line, ähm, dann noch Marco, Reini, also Monday TV und, ähm, Staubi, mit XX Staubi XX oder, oder Jörg Staubs, ähm, die drei handhaben das Ganze für mich so ein bisschen, und ich bin momentan einfach nur der Namensgeber, also ich, äh, gebe den Namen, die Annie Adler quasi, ähm, es ist immer noch mein Clan, wir haben auch jetzt einen eigenen TS-Channel und so weiter und so fort, aber, ich habe keine der, ähm, Leute wirklich ausgesucht, die jetzt drin sind, also bitte nicht sauer auf mich sein oder auf irgendjemanden, man muss einfach irgendwie, ja, gewisse Abstriche machen, man kann einfach nicht jeden glücklich, äh, pfff, nicht jeden glücklich machen, es ist einfach nur mal so, und das ist einfach eine Sache, die finde ich auch ziemlich schade, würde am liebsten alle Leute glücklich machen, das kennt ihr von mir, ich mache am liebsten immer alle glücklich, ähm, äh, und ja, deswegen finde ich es natürlich umso schader, da, re, re, dass ich, da ist jemand, ähm, dass ich natürlich nicht jeden glücklich, ich kann ja nicht sprechen, glück, 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 glücklich machen kann, so ist das richtige Wort, ähm, wir reden jetzt vielleicht an der Kanalisation, ich rede jetzt am besten ganz, ganz langsam, damit ich nicht nochmal über meine Zunge stolpere, ähm, aber es ist halt eine Sache, die finde ich halt schade, aber müssen wir jetzt so mitleben, können wir leider nichts dran ändern, tut mir vollkommen leid, wirklich, wirklich vollkommen leid, ähm, aber, ja, es tut mir, es tut mir leid, was soll ich denn machen, ich kann halt nichts für, meine Güte, aber jetzt gerade ist sie, ich habe noch niemanden getroffen, ich eigentlich, weißt du, Primetime-Spiel, wir haben nicht mal einen einzigen getroffen, nicht mehr gegen einen einzigen gekämpft, würde ganz gerne meinen neuen Bogle, meine neue Angelskins, äh, Skins, äh, Alter, Skills mal rausholen, nicht nur meine Skills würde ich ganz gerne rausholen, sondern auch andere Sachen, die ich rausholen möchte, aber, das machen wir ein andermal, so, ansonsten wäre ich ja noch ein ganz krasser Masturbrations-Megasuchti, wenn ich, äh, wenn ich dann irgendwie, ne, immer alles rausholen müsste, wäre ja nicht ganz so geil, glaube ich, äh, ja, ähm, ja, genau, und, ja, ja, ich habe da schon den ersten kleinen Namen gerade eben versteckt, ähm, die anderen Namen, keine Ahnung, vielleicht kann man das ja, so, weißt du, wenn ich dann irgendwie versuche, ähm, ja, weißt du, keine Ahnung, wenn ich ihn dann wieder rausholen sollte und dann meine Masturbations-Mega, meine, meine, meiner Megasucht, die Masturbationsfähigkeiten, ähm, ähm, ja, rausholen werde, dann kann es auch vielleicht sein, dass, 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 äh, dass der, ähm, ähm, dass der, ich kann es gerade nicht sagen, ich würde irgendwas mit Pieper und Creep und Explodieren sagen, aber hat gerade nicht so funktioniert, sorry, sorry, Anna, Pieper, 25, hat irgendwie nicht sogar gut geklappt, irgendwie, aber Anna mit, ja, Masturbation und so ist auch wieder dann scheiße, das dann so in einem Wort zu verwenden, ansonsten werde ich, na, egal, nee, ich lasse lieber, ich höre auf, aufzureden, ähm, übrigens ein cooler neuer Trick kann ich euch mal gerne, habe ich ganz alleine herausgefunden, ohne Mithilfe von NOMC, ganz alleine herausgefunden, ähm, man kann ab jetzt sehen, wenn einer einen spectate hit, und zwar folgendermaßen, wenn man an einem Zaubertisch ist, dann zeigt das Buch immer auf die nächstgelegene Person, das heißt, wenn du in der Nähe eines Zaubertisches bist, und du siehst, dass das Buch nicht auf dich zeigt, weißt du, dass wir einen einen Spektater haben, meines Dingens, ich kann jetzt nicht performen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, kann ich nicht performen, einfach ein bisschen, seit ich glaube drei Minuten oder so circa, ähm, deswegen, äh, kann man einfach sehen, wann jemand, äh, einen spectaten sollte, also eventuell hat man dann, okay, man weiß, okay, ein Team vielleicht, der irgendwo aktiv ist und so, ähm, nee, sorry, ich schreibe mich nochmal ganz kurz um, ich wollte eigentlich, ähm, die ganzen T2s nochmal eben ablaufen, aber, ich glaube, ich gehe doch lieber zum Spawn, oder? Weil, ähm, oder ich kann auch hier die T2s abholen, dann nach dem Refill, oder soll ich zum Spawn gehen, ich weiß es nicht so genau, ja, keine Ahnung, wir müssen dann, für den Spawn müssen wir uns wieder ein bisschen beeilen, glaube ich, ne? Da ist auch die Linken ein Verzauberungstück, jetzt könnte ich euch die ganze Sache mal zeigen, aber machen wir dann ein andermal vielleicht, vielleicht gleich mal in der Runde mit dem Verzauberungstisch und dem Buch und so, ich renne lieber erstmal zum Spawn hin, weil es ist schon fast Nacht und deswegen müssen wir dann mal gucken, dass wir unseren Loot da bekommen, unseren Refill, ähm, genau, und, äh, wen, eigentlich habe ich NOMC jetzt gerade schon viel zu oft genannt, weil er war nämlich auch einer, der genannt werden muss, ich habe aber NOMC jetzt schon oft genannt, von daher, pff, ist mir jetzt auch schnuppel, ich meine, NOMC erwähne ich sowieso schon so oft, ich wollte eigentlich auch was Besonderes machen für NOMC, aber, keine Ahnung, es ist ja nicht mal wert, irgendwie, einen Gedanken zu investieren, ähm, ja, das ist NOMC, ne, einfach, okay, genau, ja, ähm, einfach, 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 einfach NOMC immer, einfach NOMC gar nicht, gar nicht wahrnehmen, immer, immer schön, nee, 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 okay, ähm, wir haben noch einen und zwar ist das hier der, ähm, zu mir aus irgendeinen coolen Reim ausdenken, ähm, genau, es ist der, der Harry, Let's Gary, der ist nämlich ziemlich behaart, ähm, hier wird das, wie das Weizen quasi, wenn ihr das Weizen seht, so ist Let's Gary auch, äh, behaart, überall an seinem Körper, glaube ich zumindest, zumindest war das so, es war, okay, es war Nacht, es war dunkel, ich konnte nicht viel sehen, aber ich habe halt gespürt und das hat sich halt, als, als ich dann auf einmal auf meinem Mund ganz viel Haare gespürt habe, aber war das nicht ganz so geil, also, Let's Gary, Let's Shave, okay, ja, okay, ich bin immer ziemlich unfreundlich, oh, 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 zwei Leute, zwei Leute, weg hier, nicht hier, drinnen stehen, während, einer ist nach oben geflogen, wunderbar, jetzt haben wir noch einen vor uns, der holt sich den ganzen Refill jetzt, hammer nice, hier bekommen wir ja mit unseren geilen Angelskills jetzt hier, eben die Angelskills rauswerfen, okay, nicht wunderbar geschafft, aber, oh, wie schnell ich zu, okay, hier habe ich mit dem Kopfweb drin, schnell abbauen, schnell abbauen, bevor der Typ kommt, schnell, okay, wunderbar, ja, da muss ich ein bisschen raggen oder so, kann das sein, da muss ich schon wieder ein bisschen raggen, muss da mit TNC, aber kein OP, TNC, also alles cool, gar nicht funktioniert, wunderbar, haben wir den, jetzt müssen wir ihn noch haben, oder, den ersten, wunderbar, äh, schnell kurz, oder, jetzt kommt der nächste aufpassen und so, und die Angelkombo gegeben, wunderbar, und den nächsten gesammelt, wunderbar, 13 Punkte, okay, nicht allzu geil, Deathmatch kann natürlich entspinnen, wenn wir sie nicht mehr abbauen, geht nicht mehr, aber, ähm, ja, ich würde auf jeden Fall für euch versuchen zu zeigen, wie die, ja, wie die Angelskills so ein bisschen funktionieren, viele von euch fragen immer danach, wie funktioniert das Ganze mit den Angeln, mit den Angeln, wie funktioniert das mit den Angeln, und da kann ich vielleicht mal ein bisschen was zu zeigen, hier noch ein, Eisenharnisch, und wunderbar, den Rest erstmal rausschmeißen, den ganzen Crap hier, Crapity Crap Crap, weg, 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 Kuchen, ganz gerne, falls wir laufen müssen in der Arena, immer ganz wichtig, jetzt nochmal kurz was, äh, ganz leckeres Raisen, was lange hält, und am besten jetzt nicht mehr bewegen, aber mit den, mit den, gefixten Essen ist natürlich gar kein Problem mehr, das Ganze, können wir mal ein bisschen rumspringen jetzt noch, gar kein Problem, und ja, dann haben wir noch ein paar Leute vor uns, aber, glaube ich, keine starken mehr, wir warten jetzt noch auf unser, auf unseren Deathmatch, und dann will ich mal meine neuen Bogenskills präsentieren, da ist einer relativ guter, erstmal natürlich weg, Bogen, äh, angeln, hier, wunderbar, zweimal, dreimal, und dann ist das schon weg, nein, ist noch nicht weg, oh fuck, das war natürlich knapp jetzt gerade, das war richtig knapp, da TNC, hab ich nicht getroffen bis jetzt, das ist OP TNC, aua fuck, okay, ersten fünf Punkte, da ist ein Diaschwertyp, natürlich, ist ein Diaschwertyp, äh, den holen wir mal mit den, holen wir mal hier, so eben ein, so, versuchen, wir müssen den versuchen weg zu angeln, nochmal TNC, also, haben wir ja Bogen nicht geklappt, und jetzt die Angel immer voraushalten, jetzt einmal, zweimal, und dann haben wir ihn in die Ecke gedrängt, und ist halt unten, also das ist halt die, die Sache, das kann ich im Deathmatch momentan nicht, ich kann, ich hab momentan eine krasse Fingerfertigkeit, hab ich das Gefühl irgendwie so, ich kann relativ gut, äh, Fingerfertigkeitsgefühle vermitteln, irgendwie so, keine Ahnung, erste Runde gewonnen, vielleicht schaffen wir es ja wirklich mal, alle drei Runden zu gewinnen, wäre ja richtig nice, einfach mal, hier gehen wir mal rein, ist auch relativ full, mal wieder, was voten wir denn, wird man für Survival Games 4, vot 4, wunderbar, haben wir noch ein bisschen Zeit, Scramble, natürlich nicht vergessen, denn hier ganz viele Leute drin, und das will ich natürlich nicht zulassen, dass hier, Leute wissen, wie viele Punkte ich habe, hier bin ich mehr viel, hier bin ich noch 14.000, oder so, ist nicht mehr allzu viel, meine Güte, hab kein, Pr, 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 hab, Hallo, Magic, hi. Ja, wir spielen auf Survival Games 4. Ist natürlich Primetime-mäßig nicht ganz so eine geile Map, weil man da halt relativ wenig Loots findet. Und ja, relativ. Also meine Route ist halt auch nicht die beste, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ich mal irgendwie... Kannst du meine Clan-Bewerbung ansehen? Ja, macht Enno auf jeden Fall. Enno, Staubi oder ein anderer, das macht Enno, das Amp, Enno. Ähm, nimmst du auf jeden Fall in der Primetime auf? Ey, yo, Digga, was denkst du, was ich gerade mache, ey? Tue ich gerade. Ähm, ja, ja, ich sage ihm Bescheid, keine Panik. Ja, ich nehme auf. Ja, 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 mitten in der Aufnahme gerade. So, Survival Games 4 von Vareide, Team Vareide, einer der ersten Maps damals. Ach, die guten alten Zeiten. 1,5er, Hive, wie schön das war. Kommt morgen, oder? Team, ich muss natürlich, ich muss natürlich immer gucken, dass ich ein bisschen hier so knick, knack und so mit meinen Leuten hier teame. Oh, keine Zeit mehr, um was zu schreiben. Muss Richtung Spawn laufen und guten Stuff bekommen. Kuchen, ganz wichtig. Und aber auch hier unten was für die Hose. Den wir einen mitgeben, falls der austimt. Da schon den ersten Schlag mitbekommen, aber egal. So, da ist eine Truhe, aber die kann ich gerade nicht anpacken, weil da ist mir gerade zu viel los. Mir folgen mal eben ungefähr 50 verschiedene Leute. Alles gut. Hier nochmal eben kurz drauf gucken, was wir hier haben. Eine Axt, wunderbar. Eine Axt kann mir schon relativ gut helfen. Da ist nur der Albano. Wie heißt der? Albino. Ach, Magic ist schon tot. Scheiße, ey. Natürlich sehr doof gelaufen jetzt. Ähm, da von rechts kommt auch noch ein Typ an. Mal gucken, er soll reingehen. Ich halte hier den Weg frei. Geh du mal rein. Albano, Albino, Albo. Ach, Hose haben wir schon. Schuhe, wunderbar. Und noch eine weitere Erfahrungsflasche. Ich hoffe, jetzt kommt ja gerade keine. Das ist aber keine Truhe. Die hatten wir gerade schon. Ja, schade. Wenig Loots. Keinen guten Loot gerade. Ähm. Äh. Ich nehme doch gerade auf. Oh, das ist aber viel los. Komm, da gehen wir mal eben schnitzeln. Vielleicht. Alter, Falter. Okay, sorry, sorry, sorry. Woll ich nicht. Julian 50, 50, 6, 2. Hier nochmal kurz die Truhe holen. Den nochmal eben eine mitgeben. Haben wir nicht geschafft. Egal. Erstmal in Ruhe lassen. Erstmal essen. Erstmal raggen. Vor allem. Okay, nochmal essen. Nochmal raggen. Aber jetzt helfen wir mal dem Albo so ein bisschen. Gucken wir mal, ob wir ihm helfen müssen oder nicht. Oh mein Gott. Macht er zu? Er hat zugemacht. Was? Jo, schlag meinen Freund nicht. Schlag meinen Freund nicht. Wunderbar, er ist tot. Okay, wunderbar. Haben wir es doch geschafft, mit Albo zusammen hier die Typen zu erledigen. Und dann gehe ich mal schon mal ein bisschen weiter. Wo ist denn der hin? Bin ja im Hangar gefangen. Der Hangar war doch schon vorher. Hat er den da reingeschlagen? Ja, aber nice, ey. Hat er den echt da reingeschlagen? Richtig gut. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Aber nicht gut ist mein Loot. Ich habe nichts gutes Loot gerade. Müssen wir ein bisschen bessere Sachen finden. Und ein Schwert ist schon mal sehr nice. Wunderbar. Nur Holz, aber okay. Okay, kein Hanisch. Und ein Hanisch geht gar nicht. Ist ein bisschen low gerade. Ein bisschen mehr Stuff wäre schon angenehm. Wollen wir mal hier so in diese Richtung weiter. Ja, ich weiß, dass du gefangen bist. Ich kann aber nicht schreiben, weil... Oh, da sind zwei Leute. Okay, den würde ich jetzt gerne... Oh, da ist der andere Typ. Ja, ich kann natürlich ohne Hanisch. Der hat mit Steinschwert. Ich habe natürlich keine Chance gegen die. Ich muss versuchen, den zu bekommen. Der ist eben schon weggelaufen. Vielleicht ist er ein bisschen lowlife oder so. Wenn ich den bekommen würde, dann hätte ich den Stuff. Das wäre mir gerade sehr wichtig. Deswegen gehe ich auch gerade auf den drauf. Einfach nur, um den Stuff zu bekommen von ihm. Ist es ein Zweierteam? Ist es ein Zweierteam oder was? Okay, es könnte ein Zweierteam sein. Gucken, dass wir hier noch... Wir müssen ihn bekommen. Es ist gerade relativ riskant, was ich mache. Normalerweise müsste man weglaufen und sich eigenen Stuff suchen. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich den Typen bekomme, weil er vielleicht nicht mehr raggen kann und vielleicht von den anderen beiden verfolgt worden ist, sodass er vielleicht nur noch ein, zwei Schläge braucht. Weil ich will seinen Stuff haben. Ich brauche einen Hanisch unbedingt. Ich kann gerade nicht mehr raggen. Komm. Komm, komm, komm. Störb, 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 störb. Aua, fuck up. Komm mich auf die Fresse. Oh nein, oh nein. Es war keine gute Idee. Oh, nur zwei Leute. Oh Gott, was mache ich denn? Okay, das war richtig scheiße alles. Okay, wunderbar. Der Albo ist tot. Ich will eigentlich nur dich haben. Ich brauche deinen Stuff. Bitte, Junge, gib mir deinen Stuff. Zieh dich aus für mich. Komm, mach dich nackig. Ich gebe dir auch Geld. Oh fuck, ist das Zweierteam wieder, oder was? Jo. Jetzt legt er ihn weg. Natürlich. Ich wusste, der war low life. Ach, Manu. Ach, Manu. Ich wusste, dass er nur noch einen Schlag braucht oder so. Ich wusste, er braucht nicht mehr viel. Warum habe ich ihn denn nicht bekommen? Ich hätte so gerne den Stuff von ihm bekommen. Also, das war gerade... Ja, ich weiß. Okay, der Albo, ich schläfte mal gleich wieder. Ich möchte ganz gerne noch einen Alleino spielen. Es war gerade relativ riskant, was ich gemacht habe. Aber ich wollte unbedingt seinen Stuff haben. Und wie ihr gemerkt habt, hatte er wirklich nur noch einen Schlag oder so, den er gebraucht hatte. Und hätte ich den bekommen, den Schlag, wäre das mein Stuff gewesen. Zollgames 1. Nee, komm, gerade erstmal nicht. Lieber Primetime, lieber auf einer anderen Lobby zocken. Ist aber auch irgendwie scheiße. Jetzt sind noch irgendwo andere... Ist das Enno? Nee, ne, ist nicht Enno. Ähm. Was ist denn mit den anderen Lobbys hier? Können wir irgendwo reingehen, wo geil ist? Vielleicht. Ist hier geil vielleicht? Schwalbe Games 4. Äh, 7. Für Vote 3 vielleicht. Nervar. Ähm. Also, die Idee von mir war schon richtig. Ähm. Er war lowlife. Ich hätte ihn fast sogar bekommen. Ich liebe ihn mal ganz kurz, weil der Algo wieder drin ist. Ich werde gleich ganz kurz vor Schluss versuchen, wieder rein zu joinen. Ich werde mir eben kurz ein bisschen warten. Die Spieler erst mal auch ausmachen. Ähm. Aber, also wie gesagt, die Idee war schon ganz gut von mir, ähm, zu sagen, ich verfolge nur ihn. Er kann wahrscheinlich nicht mehr raggen. Konnte er auch nicht mehr. Die Antizipation, Antizipation? Antizipieren. Die Antizipation, was? Ich habe gut antizipiert. Ähm. Mitgedacht. Zweierteben. Verfolgung. Blablabla. Das klappt schon sehr gut auf jeden Fall. Hat alles wunderbar funktioniert. Aber, letztendlich war das Problem dann ganz einfach, dass, ähm, ich, ähm, dass die den letzten Schlag hatten. Und deswegen haben die den Typen besiegt. Und nicht ich. Und deswegen konnte ich den Stuff nicht aufnehmen. Deswegen habe ich einfach nicht, äh, die, 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 die Sachen bekommen. Konnte mich nicht umziehen. Konnte nicht raggen. Hab die Fresse bekommen. Hab ich verloren. So einfach ist das im Leben. Manchmal, manchmal geht's auch ziemlich schnell im Leben. Aber, das, äh, muss ich natürlich riskieren, das Ganze, damit ich irgendwie, äh, an den Stuff komme. Ansonsten hätte ich mich da auch tot suchen können. Ja, hier, so, da, so hingehen mit, äh, Harnisch suchen. Aber, nee, komm. Ab und an muss man auch irgendwie versuchen, einfach, ähm, ja, drauf zu gehen und gut ist. Ich habe auch wirklich in der letzten Folge, ähm, mir die ganzen Kommentare, ich lese immer alle Kommentare, wisst ihr ja, ich schreibe mich immer zurück. Weil, äh, ich die Sachen auch ganz gerne einfach mal für mich behalte oder einfach nur in mir aufnehmen, dann irgendwann wieder rausposaune. Aber ich fand die Kommentare gestern, ich hab, also gestern am Sonntag, ich hab, äh, zwei Kommentare bekommen, mittels so, wo es wirklich um Freundinnen ging. Einmal von, von Joni war das, glaube ich, und von, äh, Schirmi. Das waren die beiden, von denen ich, äh, so Kommentare bekommen habe über Freundinnen, deren Geschichten und so mit Mädchen. Hätte ich ganz gern ein paar mehr gehabt. Fand ich ziemlich cool. Und, ähm, ja, Schirmi, LP, was kann ich dir als Rat mit auf den Weg geben? Ich bin mir eigentlich gar nicht sicher. Ich würde einfach sagen, äh, wenn ein Mädchen nicht möchte oder sich nicht meldet, dann hat es meistens einen Grund und dann ist es meistens so, dass man dem Mädchen nicht hinterherlaufen sollte. Also, meistens macht man es dann trotzdem, weil, ähm, weil man einfach dann, ja, denkt, okay, ähm, ich finde die cool, ich laufe hinterher, aber es ist prinzipiell nicht die beste Entscheidung. Oh mein Gott, nicht geschafft. Ähm, hinterherlaufen ist generell nicht so gut. Das kommt meistens negativ und nicht positiv an, irgendwie. Alter, wir müssen mich jetzt verarschen, was ist denn hier los gerade? Wieso komme ich hier nicht hoch? Das ist mal ganz seriously. Alter, was ist das denn hier? Oh Gott, ist das Anno der Albano, Albino, Albo. Ich halte hier drauf. Meine Güte, der kann ja nicht sein. Nein, nein, ich bin der Erste, ich bin, ich gehe zuerst hier drauf. So, wunderbar, einmal hier rüber. Oh, der ist aber schneller als ich. Nee, 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 ich habe trotzdem den Stuff. Schnelles Eisenschwert snacken, schnelles Eisenschwert. Ah, ich habe schon einfach das Eisenschwert snacken. So, wunderbar. Habe ich das, wunderbar, gut. Ist noch ein anderer geiler Stuff drin. So, Hose habe ich aber schon an. Hier, ähm, äh, Schwert, nee, habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht eine Schwert. Tut mir leid. Ähm, ja, auf jeden Fall, es macht halt keinen Sinn, Leute mit der Her zu laufen, wenn man merkt, die wollen, die wollen von einem nix oder so. Ähm, dann lieber sein lassen oder aber wirklich versuchen. Also, entweder geht man, entweder redet man mit einer Person und sagt ihr, ey, ich bin dich verliebt, alles gut. Entweder ja oder nein. Oder man lässt es bleiben. Aber dieses Halbgut-Schuh so weiter hinterherlaufen und sagen so, ja, willst du denn was machen? Nee, hab keinen Bock. Okay, dann melde ich mich nochmal die Tage oder so. Nee, bringt nix. Wenn man was will von jemandem, dann muss man das am besten sofort sagen. Und dann, ja, jo, ich will was von dir. Oh, 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 du hast guten Stuff. Aber ich muss dich leider jetzt hier runterwerfen. Es tut mir selber im Herzen weh, Akinator, Akota Hero, blablabla. Schade um den Stuff, auf jeden Fall. 31 Punkte. Ja, es ist für Primetime relativ bedacht, das Ganze. Obwohl ich schon, ja, ich team ja mit dir. Obwohl ich in den guten Lobbys eigentlich aktiv bin, so ein bisschen in den vorderen Reihen eigentlich. Aber irgendwie ist es ein bisschen mau gerade. Und eben, als ich losgerannt bin, habe ich wirklich keine Truhe mitgenommen, weil prinzipiell auf SG-7 muss man keine Truhe mitnehmen. Am besten ist es wirklich der Erste zu sein am Eisenschwert. Da hat man dann Essen, auf jeden Fall genug. Man hat einen Eisenschwert, man hat einen Hanisch. Hat man echt supergut genug. Das ist das Beste, das man bekommen kann. Eigentlich hat man eigentlich immer gut ausgerüstet. Deswegen spiele ich SG-7 auch immer noch am liebsten. Wegen dem Eisenschwert. Und weil man hier einfach supergut dann klarkommt und so. Hier kannst du euch irgendwas gebrauchen von dem Stuff. Keine Ahnung. Deswegen spiele ich hier immer noch am liebsten eigentlich. So prinzipiell. Finde ich schon ganz geil. Ja, ansonsten Kommentare. Ja, lese ich halt immer sehr gerne durch. Und ich, ja, nehme das Ganze auch wahr. Aber ich schreibe halt nicht immer hundertprozentig zurück. Weil auf alles zu antworten ist zwar immer schwer. Aber ich antworte im Kopf auf alle. Das könnt ihr mir schon mal glauben, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habe ich alle Namen erwähnt. Ich habe überlegt, ob ich noch irgendwas, irgendwas sagen wollte oder so. Ich bin mir eigentlich gar nicht so sicher gerade. Ich glaube, es war es so im Groben erstmal. So mit den ganzen Themen. Jetzt können wir noch gucken, dass wir die Runde ja ordentlich zu Ende bringen. Die dritte Runde ist eine relativ schnelle Aufnahme wieder gewesen. Ich glaube, das ist irgendwie eine knappe halbe Stunde oder so. Nu, aber das heißt, Nu ist ja schon mehr als manch einer, ne? Aber, ähm, für Ungeschnitten ist es doch nur eine relativ, ja. Ich habe gemerkt, so die Durchschnittszeit von Ungeschnitten ist meistens so 37 Minuten. Somitant liegen wir noch unterm Schnitt. Und wir haben jetzt aber auch zweimal 50 Minuten vorhin gehabt. War auch ziemlich nice eigentlich. Ich glaube, es sind mal nacheinander sogar. Und wir haben es halt wieder nicht geschafft, dreimal in Folge zu gewinnen. Das haben wir schon echt lange nicht mehr gemacht. Also einen Row hatten wir schon, einen Row haben wir schon lange nicht mehr geschafft. Aber ich werde Donnerstag gucken, wieder halt abends aufnehmen. Wieder mir ein paar Klassenfahrtgeschichten rauspacken oder so. Und gucken, ob ich die gut erzählen kann, weil ich bin ja nicht so der gute Erzähler. Irgendwie habe ich ja meine Probleme ab und an. Das Ästen brauchen wir gerade nicht. Hier ist gerade niemand. Hier ist noch ein bisschen Ästen drin. Okay, Leder brauchen wir auch nicht. Wozu hat man eigentlich Leder und wozu hat man Federn? Wozu braucht man das? Man kann ja nicht mal Pfeile craften und für einen Lederhansch oder Lederhutsch zu craften. Also ich bitte dich, da findet man ja eher irgendwas anderes. Ich habe jetzt schon Lederhansch gefunden in der Tour gerade. Also wozu gibt es Leder und wozu gibt es die Federn? Hat einer eine Idee von euch vielleicht? Warum es das gibt? Keine Ahnung. Wir gehen nochmal hier gucken. Mal nach dem Spinnenweb. Spinnenweb. Interwebs. Spinnenwebs haben wir ja. Ja, die Schuhe. Ich wusste aber, Schuhe etwa. Okay, wir brauchen keine bessere Schuhe, weil die bringen eh nichts. Aber, ähm, ja. Oh, schöne Musik. Äh, wunderbar. Wo ist denn der Albo? Ist der irgendwo in der Nähe oder so? I can't see him. Ja, da ist der Albo. Wunderbar. Alles klar. Wollen wir jetzt darf ich nochmal eben schnell raus? Wo, Alter? Wo kommt die auf einmal her? Alter, nein, 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 nein. Oh, fuck. Okay, Trick Nummer 1 habe ich in den Kommentaren gelesen. Wenn man unten ist, sollte man sich auf jeden Fall in ein Spinnennetz reinwerfen, denn dann kann man nicht runtergeworfen werden. Ist eine sehr clevere Sache. Gut, dass das gerade hier durch Zufall passiert ist. Ich habe die einfach nicht, ich habe die nicht kommen sehen gerade. Aber einen habe ich bekommen. Aber ich habe die zum Teufel nochmal nicht kommen sehen. Woher kamen die? Aus dem Nix kam das Zweierteam. Aus dem Nix. Und der macht die mal eben fertig. Okay, einen habe ich bekommen. Einen habe ich gekillt. Einer hat der gekillt. Aber meine Güte, ey. Aber wie gesagt, wenn man unten liegt, einfach sofort ein Spinnennetz planten. Dann ist man da relativ sicher, weil man keinen Knockback bekommt dann in dem Fall und deswegen nicht runterfallen kann. Ist ein sehr gutes Mittel und man teilt Critics aus. Ist also, ja, doppelte Fliegenklatschen-Rechnung. Ähm, deswegen alles gut. Ja, wir sind im Deathmatch jetzt mit unserem Teampartner, der Albo. Ich werde natürlich gucken, dass ich auf denjenigen gehe, den Albo nicht angreift. Deswegen also nicht zu zweit auf einen drauflaufen. Sondern ich nehme mir den anderen vor. Da ist Albo ausversehentlich. So, dann geht der auf den, dann gehe ich auf den anderen Typen. Okay, alles klar. Auf welchen soll ich jetzt gehen? Auf den gehe ich jetzt drauf. Ne, genau. Gut, wunderbar. Dunyman. Habe ich schon mal einen mitgegeben. Es hat ihm ja einen Pfeil reingedrückt. Das habe ich ihm aber nochmal. Ein, zwei gegeben. Oh, da kann er ja mal ordentliche Kombo austeilen. Drei Herzen auf einmal. Ein Herz nur noch. Okay, ich mache mal eben kurz die Biege. Ich hatte ihn aber schon fast. Ich hatte ihn schon fast down eigentlich, oder nicht? Ich meine schon. Okay, jetzt müssen wir mal gucken hier. Okay, er hat nicht gewonnen, Albo. Jetzt holen wir uns nochmal eben hier. Oh Gott, oh Gott. Jetzt müssen wir... Oh Gott, es ist ganz knapp. Ein Herz noch. Ein Herz noch. Okay, nochmal hier ausweichen. So ein bisschen ausweichen. So ein bisschen umdrehen. Und... Oh nein, fuck. Okay, da habe ich mich gerade selber in den Tod gestürzt. Leider Gottes. Aber macht nichts. Ja, das ist doof gelaufen jetzt gerade, die finale Runde. Weil irgendwie hat der eine mir dann doch noch eine krasse Kombo gegeben. Weil irgendwie habe ich den für eine kurze Zeit nicht gesehen. Hat er mir ordentlich einen reingedrückt. Aber richtig ordentlich. Und dann war es auch schon vorbei mit mir. Naja, ist halt so. Ähm... Aber einen haben wir noch bekommen. Bei den Danymen leider nicht mehr. Schade. Drum hätte ich gerne noch. Aber bis wir gerackt hätten, hätten wir auch wieder Stunden vergangen. Hätten wir rumlaufen müssen. Und so weiter und so fort. Ja, liebe Leute, das war's. Jetzt schon. Nach einer halben Stunde wieder mit der Folge ungeschnitten. Minecraft Survival Games. Wir haben bald 150 Folgen erreicht. Ist ja nicht mehr so viel. Nur noch 13 Folgen jetzt quasi. Oder 12 Folgen jetzt quasi nur noch. Dann haben wir es schon geschafft. Dann sind wir schon fast bei 200 angekommen. Ist ja auch schon ziemlich geil. Ähm... Ansonsten heute mal wieder kein großes Fazit. Habe ich eben schon ein bisschen über Liebe, ne? Über diese Mädchen so gesagt. Was man sagen kann. Dann am Donnerstag gibt es dann wieder ordentlich auf die Fresse mit Kastenfahrt-Stories oder so. Mal gucken, ob ich irgendwas auspacken kann. Aus meiner tiefsten, dunklen Vergangenheit. Oder so. Mal gucken. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen muss. Die vier Leute. Den Kleinen habe ich erwähnt. Ja, das war glaube ich alles. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, hauen Sie rein. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und dann bis Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.